wieder ich wollte euch meine kleine produktplatzierung vorstellen ja was ist das werde ich euch jetzt mal zeigen habe ich bei amazon für 21 9 gekauft der link dazu ganz wichtig werde ich mit der zeit wenn ich zeit habe weil ihr seht ich habe ja viel zu tun reinzupackt werde ich danach krieg ich noch reinpacken und dann könnt ihr euch das ja auch kaufen oder ihr seht direkt an der verpackung irgendetwas das ist quasi für vorne ein usb port für vier stück plus der anschluss hier für kontrolle ich hab den schwarz gekauft den gibt es auch noch günstiger für 15 990 oder 16 990 aber der passt halt so von den farben her was haltet ihr davon und ja lasst es mich gerne in den kommentaren wissen gerne ein abo und einen daumen da lassen und bis zum nächsten mal ciao